Mal Christoph, was treibst denn du dafür mal? Ich versuche rauszufinden, in welcher Richtung wir am besten fahren, um möglichst viele Mausfreunde zu finden. Du, da ist völlig wurscht, in welcher Richtung wir fahren. In 25 Jahren haben wir schon in fast jeder Stadt gedreht. Eine Karte von Deutschland. Nee, wo sind wir nicht schon überall gewesen? In Köln. Leverkusen, Solingen. Auf der Karte da da da. In Euskirchen, Gerolstein. Koblenz, Poppat. In Trier, in Schmelz, in Langenthal. Auf der Karte sind die ganzen Orte. Da, 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 da und da. In Neunkirchen, Humburg, Kaiserslautern, Landau, Karlsruhe, Sternenfels, Merklingen, Empfingen, Konstanz am Bodensee. Auf der Karte ist das da, 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 da und da. In Schaffhausen, Birkendorf, Friedrichshafen, Schild vergessen, Ravensburg, Quillingen, Rottweil in Stuttgart, in Göppingen und Oberrot. Auf der Karte da, 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 da und da. In Kempten, in Nessel, Wang, Memmingen, Illertessen, Oberkochen, Hüttlingen am Limes, da, da, da. Huffing, Bad Tölz, München, Augsburg, Passau, Straubing, Kehlheim, Weingries und Regensburg. Da, 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 da und da. In Treuchtlingen, am Brombachsee, in Hilpolstein, in Nürnberg, in Neumarkt, Baumgarten, Eschenbach. Da, 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 da und da. In Hof, Gera, Jena, Erfurt, Altenburg, Leipzig, Chemnitz, Oberwiesenthal, Dresden, Riesa. Auf der Karte ist das da, da, da und da. Berlin, Potsdam, Magdeburg, Eisleben, Halle und Helmstedt. Auf der Karte da, 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 da. In Eschwege, Göttingen, Nordheim, Bad Wildungen, Warburg, Marsberg, Warstein, Arnsberg, Verdol. Altenkirchen, auf der Karte ist das alles da, da und da. Menden, Bochum, Bochol, Mönchengladbach, Münster, Greven, Bad Bentheim, Flängerich, Osnabrück, Vollendorf. Auf der Karte da, da, da und da. Gütersloh, Eckenkunft, Ahlen und den Hamm. Und das liegt alles in der Gegend, in Baderborn, Bad Driburg, Höchsterholz, Minden, in Kassel, Hildesheim, Basinghausen, Plimten. Ja, und das alles ist da, 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 da. Und in Herford, Gifhorn, Wolfsburg, Brome in Klötze, Lüchow in Uelzen, Munster, Falling, Bostlanhofer, Walsröde, Bremen, Dämenhof, Sulingen, Darlatten. Im Moor, 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 da, 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 da und da. Aalhorner, Dreieck, Pande, Schilburg, Warell, Nesmer, Siel, Baltrum geht nicht, Schifflied fest. Da, 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 St. Peter, Ording, Mäh. Büsum, Bremerhaven, Itzehoe, Elmshorn, Bassenfleet, Hamburg, Schleswig, Kappeln, Weißenhäuserstrand, Neustadt, Lübeck, Lauenburg. Da, 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 da und da. Habe ich sie jetzt alle? Ich glaube schon. Halb habe ich noch vergessen. Um Gottes Willen. Salzgitter, Zelle, Nienburg, Volpe, Nordhausen und Landau. Was mache ich jetzt mit der Karte, die aussieht als Hetzseemaser? Vielleicht die Punkte mit Linien verbinden? Noch ein Füßchen? Schwanz? Ärmchen? Noch ein Ärmchen? Zwei Ohren? Das ist jetzt schwierig. Ah! Da mache ich ein Auge draus. Da, noch eins. Wasser, die Nase? Wartare? Was doch? Sieht irgendwie schon nach Maus aus. Tja, das wird unsere Mausstraße quer durch Deutschland. Hilfe, Oberwiesenthal, Berlin, Potsdam habe ich vergessen. Da mache ich ein Blümchen draus, denn da haben wir unheimlich viel gedreht.